Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales 2 auf dem Kanal von KWBCHLP Mit mir, dem versagenden Guru bei Ich habe das Forum durchstöbert und kenne den Bug Das ist ein Bug, der zeigt, dass die Verkleidung fertig ist Und er sagt selbst Ich würde sagen, die Kleidung ist perfekt Das ist sie aber nicht, weil wenn wir hier noch weiter nach rechts gehen, sehen wir hier den Hut Eine leere Kognakflasche Als Deckel fungiert ein kleiner Musketierhut Noch einer für alle steht auf der Flasche Das ist ein... So Jetzt ist der scheinbar da Ich würde sagen, die Kleidung ist perfekt Gucken wir mal, ob es jetzt hilft Es sollen noch andere Bugs geben, eventuell habe ich noch einen ausgelöst, den ich nicht umändern kann Das Spiel ist also sehr verbuggt, da es noch in der Early Access ist Also werden wir mal sehen Lass uns ausprobieren, wie gut die Verkleidung ist Alles klar Versuch dein Glück, Timmy Schau mal, wer wieder da ist, Ethel Ich bin's, Rémi Ähm, Monsieur de Dumas Monsieur de Dumas, Sie sind zurück Ähm, ja Aber nur ganz kurz, weil ich wieder zurück muss Was befindet sich dort unten in diesem fürchterlichen Loch? Es ist dunkel, um etwas zu erkennen Dort unten gibt es eine ganze Welt Es ist fantastisch Keine Zeit für Riese-Berichte Ich muss dich um etwas bitten Das Loch wurde von... einem riesigen Kaninchen gebuddelt Tatsächlich? Oh ja Es führt in eine ganz andere Welt Mit Hutmachern, lebendigen Vogelscheuchen und einer Schokoladenfabrik Unglaublich! Ähm, ja Aber deswegen bin ich nicht hier Ich möchte dich bitten, den Zombies unter dem Müllberg behilflich zu sein Es ist richtig, ihnen zu helfen Es könnte sich auszahlen, wenn wir ihnen helfen In der aktuellen Situation können wir so viele Freunde wie möglich gebrauchen Hm, Wilbur meinte sowas auch schon Was meinst du dazu? Ähm, Rémi wird schon recht haben Genau, hör auf Wilbur Also schön, was soll ich tun? Hilf Esther, der Zombiefrau, diese flauschige Farbe zu mixen, die die Zombies benötigen Das sollte kein Problem sein, solange sie mich nicht auffressen Dafür kann ich garantieren So Oh Timmy, du bist auch hier? Wo ist Monsieur de Dumas? Ähm, der ist schon wieder auf dem Weg nach unten Schade Hehehe Da ist sie jetzt Und jetzt kommen die Kerze Ich glaube nicht, dass Ethel begeistert wäre, wenn ich die Kerze einfach mitnehme Aber wir brauchen sie Wir brauchen die Kisten Ethel hat den Suppenkessel mit dem Eintopf zurückgelassen Aber ich glaube, das ist nicht schlimm Guter Eintopf kann auch mal ein paar Tage vor sich hin köcheln, ohne dass es ihm schadet So, es war also so ein Bug Okay Ethel Ethel wird das nicht Gefallen Es tut mir leid, dass ich hier im Forum nachgucken musste Aber ich kam halt auch überhaupt nicht weiter Und das ist halt nicht zu sehen, dass es hier weiter geht Weil, ne? So, hier, bitteschön Hauptsache Breakdance nicht wieder Schau mal, wen ich hier habe Oh, hallo Ähm, das ist Ethel Ethel, das ist Esther Hehehe, hallo Ich, ich glaube, ihr seid euch schon mal begegnet Es, äh, es tut mir leid, dass mein Mann und ich dir damals so viel Angst eingejagt haben Und, äh, ähm, mir tut es leid, dass ich dich ausgeklabbert habe Das ist schon in Ordnung, kann ja mal passieren Ich mag die Blume in deinem Haar Sehr hübsch Danke Ich mag es, dass du mich nicht auffressen willst Hehehe Wilbur meinte, du hättest ein alchemistisches Problem Ich versuche, pinke Farbe herzustellen Aber sie muss flauschig sein Verstehe Zeig mal, was du da hast Friede zwischen Ratten und Zombies Das fühlt sich ziemlich gut an So Ethel wird jetzt hier mit helfen In der Zwischenzeit gehe ich dann noch mal schnell Die Kerze holen Sofern ich die mitnehmen kann, weil Ethel nicht da ist Solange Ethel bei den Zombies ist, braucht sie die wohl nicht Ich zünde sie am Kaminfeuer an So, hab sie So, sie brennt, das heißt, wir bringen sie hier rüber Weil, die muss nämlich hier sein, auf die Waage muss sie gelegt werden Ich drücke die Kerze auf der Seite mit der fehlenden Schale auf das Querstück So, das sollte halten Die Waage hängt an der Halterung und die Kerze steht auf der Waage Ich hab das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg Ich brauche eine Zündstunde So, jetzt müssen wir das nur noch hier Irgendwie regeln Wie war das denn? Ich krieg die Kohle nicht raus hier Hmm Gehen wir mal gucken, ob wir weiter sind mit der Farbe Was denkt ihr, bis wann könnt ihr die flauschige Farbe fertig haben? Wir sind früher damit fertig, als ihr Jungs mit euren Tafeln Wetten? Das sind gute Nachrichten Verrat Gulliver noch nichts davon Wir wollen ihn überraschen In Ordnung Ja, dem verraten wir sowieso nichts, weil hier die Ratten drin sind Wir müssen jetzt irgendwie die Kohle rauskriegen Weiß Gulliver Rat Okay, ich hätte einen guten Grund gehabt, aber naja Das Problem ist Das ist noch ein Bug Der jetzt hier ist Und zwar das Seil hier Das Seil hat mir gute Dienste geleistet Vielleicht kann es das erneut Da steht zwar, dass der Sandsack noch dranhängt Der hängt hier aber nicht dran Das Problem ist dann Dass der angeritzt werden muss Irgendwie muss der angeritzt werden und ich weiß leider nicht wie Das Seil eignet sich nicht als Zündschnur Ich muss mir... Haben wir doch jetzt Hier wäre dann der Sand dran Das Sandsäckchen, das müsste angeritzt werden, sodass der Sand durchtröpfelt Um die Kerze hochzubringen Aber Das können wir nicht, weil wir Das Seil hier nicht haben Und ich kann es auch nicht abbrechen Das wäre... das wäre... Ähm Man müsste es auseinander bauen vorher Das geht nicht mehr Das ist ein großes Problem hier Ich hoffe, dass... Die Waage hängt an... Ich hab das... Können wir Timmy nicht hier heransetzen? Ich kann das nicht auswählen So, das ist noch ein Bug, ich werde herausfinden, wie ich das machen kann Und dann sehen wir uns demnächst wieder Bis dahin, Euer Urbei Ciao Ja und damit Willkommen zurück Hier bei... äh... The Book of Unknown Tales 2 Zurück Ich hab mir ein Safe Game runtergeladen Musste ich machen, weil Wenn du erstmal das Seil mit dem Sand und dem Stein kombiniert hast Ist das Ding schon verloren So... Hier ist der gefüllte Sack Hier und hier und hier und hier Und hier ist eine... mit Schale... eine Schale gefüllt mit Sand Die wir einfach nur hier hinlegen müssen Am einen Ende des Seils hängt der Sack Am anderen noch immer der Stein Das sieht vielversprechend aus Genau und wir müssen das jetzt irgendwie kombinieren hier Ist dann hier alles so möglich Am einen Ende... das sieht... Achso das hatten wir schon Die Waage hängt an der Halterung und die Kerze steht auf der Waage Ich hab das Gefühl ich bin auf einem guten Weg So... jetzt müssen wir das nur noch irgendwie... Steche das Säckchen an Ok... ich steche ein Loch in den Sack Sand läuft aus Er fällt in die Waagschale, drückt sie hinunter und die Kerze wird angehoben Sie entzündet die Sprengladung und... bumm... wir haben unsere Kohle Und dank unseres Erfindungsreichtums auch noch all unsere Finger Bringt euch schon mal in Sicherheit Oh wie er zittert In Ordnung Köpfe einziehen Alles bereit zur Sprengung Aaaaaaah Jetzt Gleich Jetzt Jetzt Jeden Augenblick Nate 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 Aaaaaaah Jetzt hat Nate erwischt Nein Tu mir das nicht an Nate 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 Tu mir das nicht an Wir müssen was tun Du musst ihn reparieren Ich... kann nicht Ich bin kein Ingenieur Das ist egal! Hilf ihm! Ich... Moment Vielleicht gibt es eine Möglichkeit Opa hat mir davon erzählt Die besten Gnomen Ingenieure geben diese Technik an ihre Schüler weiter Tu es! Geh! Endlich! Du... Blödes... Ding! Hast du einen schweren Schraubenschlüssel? Damit geht es besser Nicht nötig! Nichts passiert was er nicht selber reparieren könnte würde ich sagen Wir haben uns Sorgen gemacht Nate Aber dann hatte ich jemand gerettet der kurz mal vergessen hatte dass er das eigentlich gar nicht konnte Nate Alles in Ordnung? Jetzt haben wir ja die Kohle Zwerge glauben Kohle bringe Glück Ich finde sie macht vor allem schmutzige Finger Los Jungs! Lasst uns den Haufen in die Werkstatt bringen! Nee nee! Du bist in Ordnung! Du kannst schleppen! Oh gut da liegt jetzt haufenweise Kohle Dann shippen wir doch mal los Hier soll es auch einen Back geben Hier drin Das hatten wir ja alle schon mal Kohle schau Hier sie... Prinzipiell scheint alles zu funktionieren Kohle haben wir auch Fehlt nur noch ein Kai... Achso ah ok Bei dem Save hier gibt es den Kai-Rieben nicht? Den holen wir dann nochmal schnell Haben wir ja schon mal gemacht Wisst ihr ja? Ist Ethel weg? Ja müsste sie ja sein ne? Ja genau Nochmal zurück So Timmy dann Komm mal her Stell dich nochmal auf die Wippe Tim Das haben wir alles schon mal gesehen Da ist ja nichts neues bei Als zusätzliches Gewicht Warum macht er das jetzt nicht? Hey! Nate! Kannst du einmal rü... Vertrau... Das sollte reichen Bereit Timmy? Mehr Power! Hu 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 hu! Das ist es! Danke! Wir sind ja ein gutes Team wissen wir ja alle Sammeln wir jetzt den Kai-Rieben mal auf Das haben wir ja schon mal gehabt Und zurück in die Werkstatt So, jetzt den Kai-Rieben hier ansetzen Das sieht gut aus Das war's Das war's Jetzt müsste alles funktionieren Der Konstruktor funktioniert? Das werden wir nur erfahren, wenn wir es ausprobieren Na los! Alle Mann an Bord! Bringen wir das Ding auf Touren! Wenn wir den Zeiger in den grünen Bereich bringen und dort halten, läuft die Maschine effizient Und wie stellen wir das an? Nach guter alter Gnomenart Wir probieren so lange herum, bis wir wissen was wir tun In Ordnung! Du hast das Kommando! Sehr gut Nate! Die Hebel! Die Maschine muss erstmal in Schwung kommen Timmy! Hm, ne Das war's nicht Hm, ne Achso das war's nicht Gut Dann machen wir mal, schaufeln wir mal die Kohle los Die Tür ist zu Machen wir die Tür mal auf Wilbur Los geht die wilde Yacht Noch mehr Kohle Falsche Reihenfolge Falsche Reihenfolge Gar nicht so leicht Okay, dann nochmal Die Maschine muss erstmal in Schwung Das ist später bestimmt mal wichtig Timmy Die Maschine Die Maschine Die Mas... Das ist sp... Das ist sp... Hm... Okay Das ist sp... Sie war eben ja schon mal an Ist halt die Frage, was jetzt... Achso... Achso... Der Scheiß ist laufen Nein! Die Hebel! Die Tür ist auf Machen wir das nochmal Tür öffnen Reinschaufeln Tür wieder schließen Und... 50% Effektivität Weiter! Die Hebel nochmal Die Hebel! Den Dampf lassen wir noch nicht ab, ne? Machen wir mal auf Da muss ja richtig Druck im Kessel sein Oh, jetzt... Ist er wieder runtergegangen Ein Stück Boah, es wird doch ein bisschen laut jetzt Boah, es wird doch ein bisschen laut jetzt Nochmal die Tür öffnen Das ist doch bescheuert Dass man das alles hier machen muss Also da gab's geilere Rätsel schon Nate, die Hebel! Nate, die Hebel! Hoffen wir mal, dass das Ding uns nicht gleich in die Ohren fliegt So... So... Weiter im grünen Bereich sein Sehr gut Und... einen größeren Druck abbauen So... Kann ich einmal noch machen, oder wird das falsch jetzt? So... Kann ich einmal noch machen, oder wird das falsch jetzt? Ich glaube, wir müssen richtig... Richtig Dampf machen Ne! Die Hebel! So... Ob wir das jetzt so hinkriegen? Timmy! Oh nein! Wir müssen in den grünen Bereich kommen Weiter, Junge! Wir finden schon die optimale Reihenfolge! Wir finden schon die optimale Reihenfolge! Okay, und weiter geht's! Nein! Kann er das auch machen, während die... Ob die Lücke offen ist? Was? Nein! Das ist doch gut! Wir müssen den Druck hier aufbauen! So! Ich versuche das nochmal schnell zu machen jetzt, in der Folge... Ich glaube, ich schaffe das auch nicht in der Folge... Nee, ich hab ein Dächt hier. Nee, die Hebel. So, zwei müsste ich noch machen. Alleine das so vorzustellen, dass der kleine Roboter das alles gebaut hat hier. So, ach, wieso ist denn jetzt der Dampf abgelassen, das Set-Luf? Naja, ich mach mal kurz Escape, damit wir hier nicht zugeschrieben werden. Und wir sehen uns das nächste Mal bei The Booker von The Tales. Bis dahin, euer Wobei. Ciao.